meine reichweite ist einfach noch viel zu klein ja und das nicht nur mit dem schwert und piranhas nicht gut wenigstens baue ich hier mal vernünftiges da ist ja knapp als ob da was knapp war ja was da war ein piranha ich hatte ihn nur im augenwinkel gesehen wenn ich hier gefahrlos runterspringen ja da unten ist wasser wie geil das wasser jetzt wibbelt wenn man da so rumspringt wenn die spritzig da unten rechts ist irgendwas da unten ist glaube ich so ein typ mit mütze ja irgendwas leuchtet hier oder ist natürlich ein bisschen wenn ich doch mal für graben und ziehe wie lang ja am besten ohne wasser ja geht nix ach so da ist doch wieder spannend man kommt halt immer tiefer weil man irgendwo doch noch eine höhe sieht ja wie immer und dann so nach ungefähr sechs stunden denkt man sich so vielleicht sollte ich ja mal nach oben gehen denkt man sich so man hat so richtig viel gesammelt und dann kann man nicht nachher in der rüste bauen ja mal halt da ich rette dich ja hoch ja mach das ich halte die gegner auf mach das die halten aber mehr aus ja kommt die fledermacher also ein paar tun wären schon geiler ja auf jeden fall das ist komisch das macht auch komische geräusche ihr macht alles komische geräusche weil uns hier auch alles töten will tja ja richtig richtig ahja das war ja langweilig ok hier nach rechts kann man noch ein bisschen hier ist auch erz oh hier ist auch gold nach links geht es auch noch ein bisschen weiter ich glaube da vorne sind auch ähm wie heißen sie äh topaz achso diese edelsteine ja ja orange ist tot das ist doch orange oder keine ahnung welche das hab ich hier ich hab topaz und das sind orangene dinge ja boah was ich alles weiß ja nur unwichtige sachen das ist doch egal äh was warum wollen die fledermäuse zu mir und nicht zu dir weiß ich auch nicht ich hab auf jeden fall eine gute erzquelle noch gefunden aber guck mal da ist dynamit wo ist denn der schalter dazu ich konnte das einfach abbauen oder ja probier doch mal auch abgebaut nice jetzt bist du enttäuscht oder ja auf jeden fall aber dann hätte ich es nicht gesehen das wäre ja doof gewesen ja stimmt auf jeden fall die ultrasilberquälter ich hab hier ziemlich viel kupfer bringen das ist doch glaube ich nichts doch ganz schön da kann man sich hinterher schöne sachen raus bauen ja guck mal brauchen wir den mal ich weiß nicht ob wir das hier auch machen sollen diesmal also jetzt kann ich das äh crimson auch nicht abbauen ne? ne irgendwie nicht hm vielleicht war das grad anderes oder vielleicht müssen wir da zusammen draufhauen und dann können wir das vielleicht haben sie das irgendwie geändert ah ja ja das wäre doch blöd für Leute die allein spielen ja lasst doch testen ich glaube es gibt nicht noch ich glaube auch nicht ich glaube auch nicht wie viel ist denn hier nein hier Ich hab ihn aber lieber mit dem Zombie-Arm gehauen Es sind 8 Gegner in der Nähe Da blubbert sie, hast du gehört? Ich geh mal kurz die Edelsteine holen Ah richtig gut, ich sammel immer deinen Scheiß ein Das war witzig Also hast du ja ein bisschen Pech gehabt, ne? Ja, ein bisschen Ich hätte es gefreut, wenn er noch in dein Loch geholt wäre oder so Nein, das wäre nicht lustig gewesen Aber ich kann ja hier mal die Sachen abbauen Soll ich vielleicht hochkommen? Ja, wäre glaube ich angebracht Ich habe jetzt keine Lust runter zu gehen, oder? Ja Ja Das ist auf jeden Fall schon ein guter Weg, den wir zurückgelegt haben Ja Ja Da unten geht es noch ein bisschen weiter, glaube ich Ja, aber es geht noch auf jeden Fall ein ziemliches Stück Ja So, was hattest du denn? Das hier hattest du Alles Wichtige hatte ich Klar Ne, ich hatte auch noch 150 Holz oder sowas Ja, ja, hättest du wohl gern Ja, hab ich wirklich Ja, ja, klar Ich glaube, damit kann ich nicht mehr dienen Und coole Kupfersachen mit positiven Verzauberungen auch Was für coole Kupfersachen mit positiven Achso Ja, Kupferschutz, okay So was meinst du? Ja Ja, da Zu gerne haben Ja Und ein Weiß ich nicht, zwei Trinke und Fackeln wären ganz geil Zwei Trinke und ne Fackel? Ja Eine Fackel Eine Fackel? Okay Ein bisschen mehr vielleicht noch Ja, cool Ich krieg's auch noch so Sonnenvolumen Ja, die hatte ich glaube ich auch mit ihm getan Und ein bisschen Erde zum Bauen Ah, das ist wie ich Chris Matsch Ah Warte Hat er Ansprüche hier, ne? Ja, dann hast du jetzt das ganze Erz Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ist das deine Truhe? Ja, ne? Äh Ja, ich hatte doch diese eine unter Wasser drin jetzt gefunden Genau Mein, äh Mein Explosiver Ach Okay Ich glaub das war noch deins Ja Das wird's noch gegeben nach Erde Warmovil Potion hab ich dem noch gegeben Ah, ich mach mal Ah, ich mach mal Und äh Nein, hab ich Nein, hab ich Da gehen die da eine davon mitnehmen oder so Ja, können wir Ich mache Alter Haben wir jetzt schon was an der Erz gefunden? Ein bisschen was? Äh, ja Also ich wollte jetzt grad machen Was ist das? Kann da auf einmal so viel, so super viele Sachen bauen Er ist richtig krass Ja, so viel Dekoschrotten so, ne? Mhm So, erstmal ein paar Kopf verbaden Also 56 Liebbaden 37 Ich hab auch kein Holz hier Was willst du? Holz Gib mir Holz Du hast doch schon Erde gekriegt Holz, Holz, Holz Ich geh mal ein paar Eichen in den Boden stecken Ja, ja, steck dir mal ein paar Eichen in den Boden Ah So, siehst du auch aus Mach die Tür dazu Der Boden auch grad feucht Lass du hier gar nicht in der Höhle drin? Glaub nicht Was wir raten, ist ne Truhe drin? Nö Natürlich nicht Okay, so Ah, mir tut der Arsch weh Ach, was hast du denn wieder für Aktivitäten verschwollt? Ach, das sag ich dir nicht Das dachte ich mir schon Oh, ich könnte mir schon ein Schwert machen Aber nur weil ich alle Barren hab Ah, da kommt er So Erstmal hier gerecht aufteilen Ich bin froh, wenn wir gute Schnellere Schuhe haben Ja, ich auch Ja, komm Boah, Holz, ich könnte mal Kann ich direkt meine Bude für den Händler einbauen, oder? Ja Hier, komm her Du Opfer Riech die Tür nicht auf Ja, so siehst du auch aus So siehst du auch aus, dass du nicht mehr die Tür aufkriegst So Da hast du das? Mhm Toll Jetzt können wir uns ein schönes bauen Toll Gestalt Geil Ja, okay Wir haben noch ein bisschen was in der Tore gehabt, aber es war noch so ein Parbaron Hm, nein, jetzt nicht mehr Das dachte ich schon Wieso Ich hab's vielleicht alles übereinander gestapelt Was ist denn davon am besten? Ich glaub die Löwerschwitzhack ist nun auch am besten, oder? Schwitzhack und Kraft Das ist gar nicht Das pinke Gel bringt mich voll durcheinander Ich kenn das nicht Ah, wieso ist die Tür denn? Wieso? Ja toll Was war das denn? Ah Wer macht denn die Tür immer zu? Der blockt, der wollte unser Zuhauses nicken Ja Scheißwicher Ich glaub ich mach mir nur Der Typ hier, der läuft die ganze Zeit raus und rollen Wer sollt denn die töten? Was hast du dir? Ich glaub ne Silberspitzhacke Ich hab die andere Spitzhacke für Power Aua Zoll 43% gegen 45% Nice Okay So, vielleicht sollte ich mal ein Stück hier rüber gehen Dann kann ich vielleicht auch noch mehr machen Vielleicht erstmal ne Angel bauen Ne Angel? Das ist wichtig Ähm Silberspitzhacke für 12 Ich hab 21 Kann ich da ein Schwert noch machen? Ja, das Schwert kann ich da auch noch machen Das Schwert ist doch schlechter als Als? Elf? Der Arm? Ja Glaub ich weiter Ja, stimmt Und ich hab auch noch einen barbarischen Ich hab noch plus 8% Schaden 10% Größe Und 10% Rückstoß Also Waffen bräuchte ich nicht Du bräuchte schon erstmal plus 10% Größe goin s aber der foe macht den glaskill wunderschöne kurze macht um michین schuld primo trittin Elmo Ach, hast du jetzt schon einen Haken gemacht? Ja, ich hatte einen Hook. Ich hatte einen Hook. Achso. Lecker, hast du bestimmt von mir gekriegt. Wahrscheinlich. Und eine Silberspitzhucke. So, genau, Ausrüstung. Was mach ich denn? Mach ich Gold-Sachen? Mach ich Silbersachen? Ich kann nur einen Gold-Helm machen. Warum kannst du den Gold-Helm machen? Nee, stimmt gar nicht, das ist Silber. Kann mir einen Silber-Helm machen? Sag, ey. Da hab ich die 3 Skales, hast du mir ja nicht vorenthalten. Oh, stimmt. Ich glaube, ich mach als erstes mal die Silberspitzhucke, damit ich hier ein bisschen mehr Power geben kann. Oh, das war voll die Superspitzhucke. Wir müssen jetzt noch so viel Kupfer bauen. Was hab ich denn damit? Keine Ahnung. Ich hab Rüstung mit. Ich hab ja gar nicht mitgenommen. Ja, nur 41 Kupfer hab ich auch noch drin. Keine Ahnung. So. Jetzt meine Tour. Ich könnte mir jetzt eine Tankstenrüstung machen, oder? Ne. Oder Lean. Lean meine ich. Aber ob das jetzt so viel bringt? Okay, dann hätte ich 5. Ne, ich kann mir gleich gar nicht 2 machen. Ich könnte mir nur einen Helm machen. Was hast du dir gemacht? Ich hab mir einen Tankstenhelm gemacht. Äh, einen Elitehelm. Kupferkettenhemd. Ein Kupferkettenhemd. Mh. 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 Mh.